Wölfe, seid ihr hungrig? Ich bin Lina und im Film spiele ich die Ella und Ella ist Teil des Wolfpacks. Ich bin Saphira und ich spiele Anais. Anais ist die Bassistin und die Sängerin. Ich bin Marlene, ich spiele die Romy. Romy ist die Schlagzeugerin in der Band. Hi, ich bin Tijan, ich spiele Kahit und ich spiele Keyword. Am liebsten würde ich das einführen. Das hier, jetzt mit euch. Oh, ich werde euch so vermissen nach dem Abi. Die haben schon früher angefangen die Band zu gründen, machen seit Ewigkeiten Musik zusammen. Ich glaube, ja, da verbindet sich so Musik mit Freundschaft auf jeden Fall. Das sind ganz unterschiedliche Charaktere, dieses Wolfpack. Alle ergänzen sich aber wunderbar. Aus uns kann doch was werden. Aus uns und der Musik. So richtig. Nach dem Abi machen wir einfach nur noch die Band. Was? Ich weiß nicht. Naja, jetzt geht es halt um die Träume nach der Schule, was passiert. Und Ella hat da eigentlich einen ganz, ganz klaren Traum, den sie noch nicht so wirklich vorher angesprochen hat vielleicht. Und deswegen kommen da jetzt so ganz viele Clashedes einfach so aneinander. Was ist denn, wenn ich euch beweise, dass wir es schaffen können? Als Band. So richtig. Wir haben uns, bevor die Dreharbeiten begonnen haben, dreimal längere Zeit zusammengetan. Zum einen, um die Musik zu proben und aber eben zum anderen auch, um Zeit zu vollbringen. Und das war eine ganz tolle Möglichkeit auch für die Schauspielerin, sich kennenzulernen. Das Schöne ist auch tatsächlich, dass jetzt auch besonders dann im Laufe der Dreharbeiten, von dem was ich beobachte, die vier auch eine ganz besondere Bindung aufgebaut haben. Und das ist total schön. Wenn man dann so mit den drei Mädels auf der Bühne war, dann war es so, okay, wir rocken das jetzt. Ich bin meine Fehler, 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 ich bin meine Fehler. Und die Stadt leuchtet blau, irgendwann komm ich hier raus. 30 Minuten. Ella ist ein Teil einer Girlband und zwar Virginia Wolfpack. Und dieses Wolfpack hat ganz, ganz viel vor und ganz große Träume. Ella klammert sich so daran, dass dieser Bandcontest sehr entscheidend für ihre Zukunft ist. Und dann lernt sie auch noch so einen Jungen kennen und auf einmal gibt es natürlich ein bisschen Stress, weil sie falsche Entscheidungen trifft. Alter, das lässt du sofort. Was willst du dafür haben, dass ich es behalten darf? Am meisten berührt an der Geschichte ist dieser Aspekt, dass man manchmal so sehr seinen Träumen nachjagt, dass man ein bisschen verpasst, was gerade jetzt um einen rum passiert. Was hast du getan, Ella? Hast du dir viel Geld als menschlichen Tisch benutzen lassen? Du hast dem Tüten in die Ruck geschrieben. Ich kann einfach nicht glauben, dass du mich angelogen hast. Lass uns das so zusammen machen. Für die Welt, wenn ich bin meine Fehler, ich bin meine Fehler, ich bin meine Fehler, ich bin meine Fehler, ich bin meine Fehler richtig machen. Und die Stadt leuchtet blau, irgendwann komm ich hier raus. 30 Minuten noch. Ihr TikTok-Groopies seid doch sicher schon alle ganz wild auf den Energy Song Contest. Drei Bands mit den meisten Klicks kommen ins Gingale. Wir werden von einer Cola-Light-Werbung angesprochen. Haben wir uns schon mal gesehen? Aber du siehst meiner Putzfrau einfach nur verdammt ähnlich. Mann, hier ist für die Putztruppe tabu. Was soll das da unten eigentlich sein? Hangover Teil 8? Tim, wenn ich mir die Hose scheißen sollte, schmink einfach weg. Nach dem Abi machen wir einfach nur noch die Band. Was? Ruby landet wahrscheinlich in der Knast. Mic check. Alter, das lässt du sofort. Was willst du dafür haben, dass ich es behalten darf? Hey, das war... Richtig geil. Das war meine Stimme. Willst du flirten oder willst du mit mir Sound machen? Ich check dich nicht, okay? Wir machen uns Arschbett kaum. Jetzt hat mir mein Arzt verschrieben. Super für den Muskelentspannung. Na ja, ich spüre gar nichts. Okay, warte mal. Ich glaube, du lächelst gerade. Oh Gott. Das ist schlimmer als meine Scheidung. Was hast du getan, R? Hast du dir viel Geld als menschlichen Tisch benutzen lassen? Du hast dem Tüten die Rücke geschrieben. Ich kann einfach nicht glauben, dass du mich angelogen hast. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Richtig mach. Ihr seid jetzt stoned. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Was ist denn, wenn ich euch beweise, dass wir es schaffen können? Als Band. Ich bin leicht für jedes Fehler. Ich bin meine Fehler. Ey. Du weißt schon, was wir im Rudel alles teilen, ne? Nein. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Ich bin meine Fehler. Ja, womit hat euch der YouTube-Algorithmus diesmal angefixt? Äh, wir gucken Pornos. Aha, weitermachen. bei poke. Oh. Làm snake. L anche. win. Antesがい? Untertitelung des ZDF, 2020